Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 4 mit Familie Traumtänzer und ja, der Legacy Challenge. Hier haben wir Alexa und die Tessa und ich weiß gar nicht, warum die Alexa hier so, äh, die Tessa hier so Hallo sagt. Ich weiß es nicht genau, was hier eigentlich los war. So, wir haben Sonntagmorgens kurz vor 9 Uhr. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wer eigentlich jetzt heute noch arbeiten musste, aber ich glaube, Tassilo musste arbeiten. War das? Mir war so. Ähm, genau, der muss noch arbeiten. Alina hat heute frei, Alexa hatte frei, Ted hat auch noch frei und die Tessa natürlich auch. Okay, also nur Tassilo muss arbeiten. Der wird das dann schon alleine noch jetzt, denke ich, machen. Ähm, genau. Was macht er hier eigentlich? Ah, er jedet draußen noch. Okay. Ja, dann geht doch mal. Alexa, genau, kümmere dich mal. Oder, okay, Alina geht schon. Alina geht auch schon los. Warum auch nicht? Ja, okay, na, die geht dann. So, jetzt gucke ich nochmal kurz zu Tassilo, weil Tassilo doch echt, ähm, ja, komm, Tassilo, nicht jäten und nichts machen, was auch immer. Geh du mal zur Arbeit. Genau. Ab zur Arbeit. So, perfekt. Tassilo ist zur Arbeit gegangen. Tessa, ja, die geht nochmal hier rein. Ich schicke sie nochmal, äh, okay, ich glaube, die will jetzt erst nochmal was sauber machen. Und ja, genau, wir müssen ja, ähm, Geburtstagsparty machen. Äh, Alexa wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Sie kann derzeit keine weitere Elternzeit nehmen. Okay. So, also unsere Tessa. Die wollen, mit ihr wollte ich nochmal auf die Toilette. Und Alexa, ähm, gesellschaftlichliches Ereignis planen. Wo ist sie denn? Wo hab ich sie denn? Ach, da hinten. So, komm schon. Noch? Gut. Wir machen eine Geburtstagsparty. Ich meine, wir haben zwar schon jetzt hier auch schon, ähm, Gold gemacht und so, aber, äh, ja, ist egal. Also, wir machen jetzt trotzdem noch eine Geburtstagsparty, weil wir ja Geburtstag haben. Geburtstagssim, äh, das sind die Kinder. Hm. Das ist komisch. Kann ich das nicht anders machen? Muss wählbar sein, um altern zu können. Ah. Okay, dann können wir für die, für die Kids gar keine Geburtstagsparty machen. Das ist doch doof. Für, für Säuglinge gibt's sowas nicht. Ach, kommt. Verarsch mich jetzt nicht. Äh, das ist jetzt doch wirklich echt blöd. Okay, dann lassen wir das mit dem, dann machen wir es ganz einfach. Äh, wir wählen einfach älter werden. Ach nee, warte, halt nicht, nicht Tamara zuerst, sondern den Theo bitte zuerst. Er war auch der Ältere. Er war als Erster ja hier. Und dann die Tamara. Äh, was haben wir gekriegt? Ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, es waren immer noch über 2000. So, und unser Theo. Juhu. Oh mein Gott, der ist rothaarig geworden. Ach du Schande, ich muss das hier auswählen. Das hab ich ganz vergessen. Aber ich glaube, unser, ähm, Theo, oder, der könnte auch ein kreatives Wunderkind werden. Oder was will ich denn eigentlich später mit ihm machen? Eigentlich, wobei, wir können mal wieder, so Wirt, Wissenschaft, Wissenschaftler und so weiter, ähm, dann könnte er ein Senkrechtstarter eigentlich werden. Und, genau, ähm, Bücher, Genie. Kunstliebhaber, Perfektionist, faul. Was ist denn nochmal ein Perfektionist? Äh, äh, naja, okay. Musikliebhaber, aber ordentlich Geek, selbstsicher, Hitzkopf, wahnsinnig kreativ, gemein, chaot, Insider. Was war denn mit den Insider? Diese Sims lieben es, Mitglied einer Gruppe zu sein und sind in der Gesellschaft und Freunden am glücklichsten. Naja, gut. Also ich, ich wähle mal den, den Genie. Ich möchte ja wirklich dieses Mal nochmal jemanden machen, der die, ähm, Wissenschaftskarriere dann übernimmt, ähm, beziehungsweise eben, ja doch, die Wissenschaftskarriere übernimmt. So, und, ähm, ah, auch unsere Tamara. Die Tamara mache ich aber zum kreativen Wunderkind und, ähm, ich will es jetzt nicht unbedingt direkt zu einer Kunstliebhaberin machen. Ich mache mal ein bisschen, ne, eine Musikliebhaberin. Hier gebe ich mal so ein bisschen die Musikrichtung und zwei perfekte rothaarige Kinder. Sie haben die roten Haare der Mama bekommen. Da bin ich ja echt viel glücklich. Yeah. Das habt ihr gut gemacht, Kitties. So, ähm, ja und, äh, ja, ihr wisst, ja, ich, ähm, wir müssen einfach dann, hat die Motorräderfähigkeit direkt beworben. Schlechter Rat, ich habe jetzt keine Zeit. Okay, Sicherheitsdienst rufen, äh, er hat auch Motorräderfähigkeit. Äh, tada, wieder um einen Spinner gekümmert und Tassilo wendet sich wieder seiner eigentlichen Arbeit zu. Äh, okay. So, einmal das Aussehen ändern von Theo und dann natürlich direkt auch von Tamara. Und dann müssen wir natürlich auch das Kinderzimmer, ähm, umrichten. Und das, damit haben wir eigentlich heute wahrscheinlich schon dann genug zu tun. Von daher gehen wir erst einmal mit Theo. Ich bin echt super glücklich, dass sie rothaarig geworden sind. Ich habe das erst mal so ein bisschen erhofft. Ähm, ja. So, wollen wir dir diese Frisur belassen? Äh, das ist doch eine Mädchenfrisur hier. Wollen wir dir wirklich diese Frisur lassen oder geben wir dir... Oh Gott, das ist natürlich auch ein lustiges Frisürchen. Denk, das kenne ich noch gar nicht so. Äh, diese langen Haare gefallen mir leider immer nicht. Das ist so ein bisschen geschniegelt hier. Der hier ist halt so ein bisschen, ja, lustig. Aber er ist ja wirklich ein... Ja, was habe ich jetzt gemacht? Genie, ne? So, das hier wäre irgendwie auch mal lustig. Was ist das? Ah, ja, okay. Und das wäre jetzt die langen Haare. Aber ich finde, das sieht einfach zu mädchenhaft aus. Sorry. Okay, ich nehme wirklich diese Neufrisur hier. Die finde ich ganz, ganz süß. Oder? So, ähm, ich weiß jetzt noch gar nicht. Hat er das dann bei allen? Oh, hat er jetzt eine Brille? Warum ziehen die immer eine Brille auf? Irgendwann schminken und so. Darum kümmern wir uns natürlich noch nicht. So, was geben wir ihm denn? Das orange Outfit, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Aber den Rest fand ich ganz gut. Und ja, einmal so. Und dann geben wir ihm aber auch dir ein direktes nächstes Outfit. Und, ähm, oh Gott, das fände ich auch ganz lustig. Oh. Oder in der Farbe. Ne? Nicht? Das fände ich aber wirklich lustig. Oh, wobei das hier. Ja. Da hätte er wieder mal eine Brille auf. Aber okay. Oh, guckt mal. Das ist doch der Genie, oder? In blau. Ja, komm. Ich gebe ihm da. Aber wobei die Brille passt mir trotzdem nicht. Okay. Ich gebe ihm im Endeffekt das Outfit. Aber ich nehme ihm die Brille dann trotzdem wieder ab. Okay. Ja. So, was haben wir denn zum Ausgehen? Ja, das ist in Ordnung. Mehr brauchen wir nicht. Sportkleidung. Oh, da müssen wir natürlich gucken, dass du nach der Familie, also mit der Familie auch ein bisschen Sport machst. Finde ich eigentlich nicht zu dick. Also ich weiß nicht, warum man immer so dicke Sachen anzieht. Ich habe noch gar nicht überlegt, was für eine Farbe ihm denn stehen könnte. Dunkel-Schwarz fände ich eigentlich wirklich bei ihm nicht so ganz passend. Muss ich gestehen. Ja. Lasse ich ihm die Socken an. Und die Schuhe vor allen Dingen. Grün, schwarz und die Socken sind schwarz. Komm. So, das könnte es sein. Okay. Zum Schlafen. Was haben wir denn als vorgefertigte Outfits? Oh mein Gott. Was ist denn das? Echt jetzt? Oh, das könnte ihm wirklich gefallen. Weil ich ihm ja wie gesagt auch ein bisschen so Raumschiff und so weiter. Ja, doch. Aber ich lasse ihm die Socken, die muss er jetzt nicht anziehen. Ist ja echt krass. Ist natürlich was Warmes. Aber egal. Komm, das ziehst du jetzt an. Und was haben wir hier? Das ist natürlich auch ein cooles Outfit. Outfit. Okay. Das hier gefällt mir im Grunde auch. Ich nehme das aber mal als zweites. Zweite Variante. Rot. Grün. Die grüne Variante. Und die andere Variante wäre wirklich... Ja, das gefällt mir sogar. Das lasse ich. Und als Badekleidung. Das sieht ganz nett aus. Aber ich würde dir jetzt eine andere Farbe geben. Ganz ehrlich. Nehme ich die hier. Genau. Also grün-schwarz habe ich entschieden bei ihm. So. Okay. Das ist also unser... Theo. Herzlich willkommen, Theo. Ich gebe dir aber nochmal ein drittes Outfit. Ich mag das momentan. Ich weiß auch nicht, warum. Kombinationen. Guckt mal. Na, Latzhose. Auch cool. So, also. Tamara. Hallo, meine Liebe. Tamara. Also, die sieht ja wirklich auch irgendwie cool aus. Diese Brille. Möchtest du die wirklich anlassen? Naja, gut. Okay. Möchtest du diese Frisur wirklich behalten? Ähm. Irgendwie gucken wir mal. Okay. Ich gucke mal, was für Frisuren wir denn noch übrig hätten. Ich habe das hier noch nie gemacht. Ein Pferdeschwanz hinten. Oder auch das hier. Oh. Das sieht aber doch schon mal ganz schick aus. Das wäre mal was ganz kurzes. Das wäre... Damit würdest du wahrscheinlich deinen Bruder unheimlich ähnlich sehen. Ähm. Ja. Das hier, okay. Das hier finde ich... Oh. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt bei den Kindern. Hm. Hm. Okay. Ähm. Ich glaube, das hier werde ich für das ein oder andere wählen. Aber wir lassen jetzt gerade mal... Also ich lasse jetzt erst mal das hier. Und die Brille lasse ich ihr auch mal ganz kurz. So. Ähm. Ähm. Jetzt lässt mich mal überlegen. Okay. Moment. Nee. Warte mal. Das hier. Dann nehmen wir nochmal ein zweites Outfit. Und da würde ich nämlich gerne das hier wählen wollen. Aber dann ohne Brille. So. Das hier. Beim... Beim Sport könnte man natürlich überlegen, ihr irgendwie einen Zopf wirklich zu geben. So. Doferweise. So. Dann doch eher diesen Zopf. Beim Schlafen natürlich wieder das hier. So. Den Rest lassen wir. Okay. So. Jetzt. Das hier fände ich eigentlich... Finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich gestehen. Also das sind Leckens und bunte Strümpfe und überhaupt. Ja. Das lasse ich ihr deswegen auch. Aber zweites Outfit. Dann gebe ich ihr noch wieder was ganz, ganz anderes. Ähm. Oh. Ein Prinzessinnen-Kostüm. Machen wir sie zu einem... Typisch rosa. Entweder schwarz oder rosa hätte ich jetzt so ein bisschen gesagt, glaube ich. So. Nee, das ist nicht wirklich für den Alltag getauglich, oder? Ich will aber... Ich höre sie irgendwie schon. Ich will aber, Mama. Ach Gott, das ist... Das finde ich ja putzig. Das finde ich echt putzig. Und die Farbe irgendwie steht ja sogar. Das... Ähm. Ja. Das hat was. Okay. Dann nehme ich gerade nochmal ein drittes Teil. Ich habe hier... Ich habe hier... Ich weiß gar nicht... Da gibt es so viele neue. Die habe ich noch gar nicht probiert, glaube ich. Ich habe hier noch gar nicht so viele Sachen ausprobiert. Bei den Kids, meine ich. Ja. Okay. Moment. So ein Oberteil. Und irgendwie... Wie wäre es mit einer Dreiviertelhose? Das würde wahrscheinlich nicht dazu passen, oder doch? Das sind so typische Mädchenfarben. Und hier mal andere... Schuhe dazu. Doch die müssten... Irgendwie passt das natürlich jetzt nicht ganz dazu. Nicht wirklich. Was sind denn das Stiefeln? Und die hier? Nee, wie sehen das ein bisschen... Nicht so wirklich passend aus. Hm. Die diversen mit denen hier. Aber auch in schwarz. Nee, das passt auch nicht. Warum finde ich jetzt nicht die Farben? Kommt, dann lassen wir das hier. Okay, dann haben wir... Einmal, das ist ganz bunt. Das sieht hier irgendwie ganz lustig aus. Dann das finde ich sehr schön. Und das dritte auch noch ein bisschen normal. So, dann... Hm. Was haben wir denn hier als vorgefertigte? Oh, das finde ich süß. Ich finde diese normalen... Diese Farben stehen hier unheimlich. Das, ähm... Ich sage mal, so creme braun und so. Deswegen lasse ich ihr das jetzt auch. Wobei ich gebe ihr noch ein zweites. Wobei ich echt gestehen muss, dass ich keine Ahnung habe, wann die das eigentlich tragen. Das Ausge... Abendkleidung? Muss ich dazu ausgehen? So, das finde ich an und für sich sehr hübsch. Ich gucke nochmal nach der Hose, ob es die in einer anderen Farbe vielleicht noch gäbe. Ja, auch das lassen wir so. Nachtwäsche? Ach nee, nicht schon wieder das. Was haben wir denn als vorgefertigten Look? Ach Gott, wie süß. Oder eher sowas? Oder in die Richtung? Naja, ich weiß noch nicht so genau. Gucken wir mal, ob du auch da andere Farben hast. Ich finde wirklich nämlich, dass braun ihr unheimlich gut steht. Das ist jetzt nicht wirklich braun, ne? Das hier. Und als Hose, Höschenhose, willst du sowas Kurzes anhaben oder was lieber Längeres? Braun? Nee. Oben braun, unten braun passt dann wiederum nicht so gut. Sowas. Du liebst solche Socken, hä? Okay, ich lasse ihr dann die Socken einfach auch an. So, dann hier. Äh, äh, ja, warum auch nicht? Das, ähm, wobei die Schuhe nicht ganz passen. Vielleicht haben wir da, hm. Nehmen wir noch die schwarzen dazu. Und dann, nee, das ist ja doof. Ähm, diese finde ich doch immer ganz süß. Äh, welche Farbe nehme ich denn jetzt für dich? Orange? Nee, orange ist nicht so ihre Farbe. Grün könnte dir auch noch passen, eventuell. Was haben wir denn so als, als, aus? Ja, nur die oder die. Okay. Nee, dann lasse ich das hier. So. Ja, cool. Oh, was haben wir denn hier noch eigentlich? Das finde ich ja cool. Oh, ich mache noch eins. Ähm, in dieser Farbe sogar. Yay! Yay! Guckt mal, wie sie sich gefreut hat. Aber, keine Brille. Magi, ich mache keine Brillen hier. Ich finde, dass, das, äh, die sind zu aufweilend im Gesicht oftmals. Und hier hat sie eine Brille. Das sollte ausreichend sein. So, dann gehen wir mal zurück. Und, ähm, da kommen wir heute gar nicht zum Spielen. Haha. Egal. Ähm, dann werden wir jetzt, ja, sie bekommen jetzt erstmal ein Zimmer zusammen als Kinder. Und, ähm, später werde ich sie dann, wenn Ted ausgezogen ist, ähm, wird dann einer nach oben ziehen. Wer wird das sein? Was meint ihr? Wer sollte lieber nach oben ziehen zu Tessa? Ähm, Theo? Oder wer sollte hier das Bettchen quasi behalten? Ähm, das ist noch so ein bisschen, wo ich überlege, wo ich jetzt noch nicht so genau weiß. Ähm, ich liebe es ja momentan eigentlich auch immer so, diese Kinderzimmer hier, oder diese Möglichkeiten hier einfach mal zu nutzen. Ähm, weil ich es irgendwie total schön finde. Aber, das passt jetzt so irgendwie hier natürlich nicht so ganz rein. Also, wir gehen mal in unser Inventar. Wir haben vielleicht noch das ein oder andere drin. Und genau, zum Beispiel, uh, unsere Betten. Warum kann ich, ähm, also wegen dem Regal da hinten, glaube ich. Ähm, so einmal und noch ein zweites. Genau, wir machen das so. Warte mal, in die Ecke das hier. Bücherregal, wir haben hier sowieso schon zwei Bücherregale stehen. Eigentlich, das Bücherregal passt jetzt gar nicht mehr da rein. Wenn man das stelle ich mal, ach, das stelle ich mal zu Alina ins Zimmer. Oh, so. Irgendwas stand da auch in der Ecke im Weg. Ähm, dann nehme ich nämlich das hier auch mal in die Ecke und stelle dann, ach, das geht jetzt doch nicht. So dann besser? Nö, auch nicht, okay. Äh. Ach, kommt schon. Nein. Nee, komm, dann verkaufe ich das Teil hier. Das brauche ich jetzt nicht. Warum geht das nicht? Ach, wegen dem Spiegel kann das sein. Den Spiegel verkaufen wir auch. So, ja, jetzt. Also. Ähm, und da ich dich eigentlich gerne auch in die andere Ecke quasi verfrachten möchte, super. So. Ein Nachttisch einmal für, und dann wollen wir nochmal ein anderes, aber das auch von der Farbe her. Hey, ich nehme mal die Farbe. Äh, das ist die, ne? Ja. Das ist für sie und eigentlich grün, hatte ich vorhin gesagt, ne? Hat er. Dann nehme ich nämlich hier grün. Und das in der Mitte lassen wir dann so. Und das, äh, machen wir das dann. So. Okay, ähm, was haben wir noch? Einmal haben wir, ja, so eine Lampe haben wir noch übrig. Und wir haben hier nochmal so eine Lampe übrig. Wir nehmen mal gerade beide. Und für ein, also wenn die beiden jetzt in einem Zimmer sind, reicht das natürlich nicht für einen Schreibtisch nochmal zusätzlich. Deswegen belassen wir es einfach. Die meisten gehen die ja sowieso woanders hin, ne? Also, irgendwelche Spielsachen noch? Hm. Haben wir nicht noch eine? Ach so, wir haben ja sowieso hier oben ein ganzes Spielzimmer. Damit können die sich ja dann doch auch schon beschäftigen. Das sollte ausreichend eigentlich sein. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wo sind sie denn? Also, unser Theo. Der darf natürlich Schach spielen und ihm soll vorgelesen werden. Und er darf Hausaufgaben machen. Ich schicke ihm mal Hausaufgaben machen. Tamara ist gleich nach draußen gegangen und hier spielen gegangen. So, auch sie darf Hausaufgaben machen. Was ich jetzt noch im Überlegen war, die beiden könnten natürlich auch in die Familiengilde reingehen, aber es ist einfach nicht genügend Platz. Im Grunde müssen wir warten, sorry Steffi, bis du gestorben bist. Dann wäre wieder Platz für beide. Jetzt nur Theo hier reinzulassen, fände ich jetzt ein bisschen uncool. Deswegen lasse ich jetzt beide erst einmal draußen ab, vor der Tür. So, jetzt gucke ich aber nochmal, du möchtest Spaß, irgendwas, ja, irgendwas Spaßiges machen, dann geh doch mal runter und heute ausnahmsweise schau doch mal Fernsehen. Ich lasse ja nicht so oft Fernsehen gucken, glaube ich, ne? So, die Alexa, ach nee, du trauerst schon wieder, Alexa, das brauchst du doch gar nicht, wirklich nicht. Geh mal hier jeden weiterentwickeln und alles ernten, dann bist du ganz gut beschäftigt und danach kannst du ein klassisches Gemälde vielleicht mal malen. Da hast du vielleicht mal Lust dazu. Und unser Ted, der, dem sollte, wollte ich doch noch ein bisschen was auf die Wege geben. Genau, der kann hier mal Witze erzählen. Ich glaube, die beiden haben sich jetzt gerade total befreundet. Okay, und die Tessa? Oh ja. Ach, übrigens, wir wollten ja eigentlich zu den Nachbarn mal gehen und dort mal, das hatte ich doch eigentlich vor, Hilfe. Ich wollte zu den Ottomas gehen und habe es total verschwitzt und verpasst, weil hier jemand älter geworden ist. Manu. So, ähm, ja, Tessa, so viel dazu, ne? Wir können eigentlich mal zum Nachbarn gehen, ah. Geh mal das reparieren noch. Okay, so. Ja, die beiden machen jetzt erstmal Hausaufgaben hier am Essenstisch, das ist okay. So, ne? Warum kann ich das nicht mehr anklicken? Alle Kerzen zünden. So, okay, dann verabschiedet euch auch schon mal von der Weihnachtsdeko, denn die werde ich jetzt dann entfernen. Das mache ich aber ohne, das hier aufzunehmen. Vielleicht das ein oder andere lasse ich noch da, weil das ein oder andere finde ich irgendwie ganz süß, so wie die, dieses, diese Blinklichter hier drin, gerade in dem Zimmer, die finde ich ganz süß. Aber natürlich die Weihnachtsbäume, die mache ich weg und ich denke auch die Bäume hier draußen, oder? Das sind ja auch mehr Weihnachtsbäume mit Lichter. Die werde ich dann auch entfernen. Ich sage jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Und ja, unser Theo, unser Theo, der ist die fünfte Generation und mal gucken, was wir mit ihm alles so anstellen. Jetzt darf er erst einmal spielen mit seiner Schwester Tamara, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zwar will Tamara wahrscheinlich was anderes lernen, aber das, das kann sie später ja auch noch machen, ne? So, ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidau. Ciao, ciao.